hallo leute willkommen zu einem neuen video heute geht es ums thema spurverbreitung wie immer möchte ich euch ja mitnehmen was ich so alles an meinem m1 40i verändere und jetzt ist es soweit ich werde spurverbreitung einbauen vorne und hinten ich bin ja ein bekennender fan der serienräder also der 18 zoll mischbereifung die da ab werk drauf war ich finde das sind vom design die schönsten felgen für den m1 40i ihr dürft gerne andere meinungen in die kommentare schreiben damit es schöner aussieht gerade wenn der wagen tiefer gelegt ist sieht es dann einfach mit spurverbreitung besser aus ich habe mich jetzt für vorne zehn millimeter pro rad entschieden und hinten für 13 millimeter pro rad in meinem fall sind es ja die serienräder wie schon gesagt die haben wir vorne sieben halb mal 18 hinten acht mal 18 vorne sind zwei 25 40 18 reifen drauf und hinten 245 35 18 zoll vorne ist die einpress tiefe 45 millimeter also mit den spurverbreitung komme ich dann auf 35 millimeter und hinten sind es 52 millimeter und mit der spurverbreiterung wie gesagt 13 millimeter hinten komme ich dann auf 39 millimeter einpress tiefe hin es gibt ja durchaus verschiedene marken von spurverbreitung scc eibach h&r und wie sie alle heißen ich werde leider nicht gesponsert also alles was ich hier so einbaue muss ich mir dummerweise alles selber kaufen so auch in diesem fall ich habe mich jetzt für die h&r entschieden weil ich die schon auf vielen autos gefahren bin und davon soweit überzeugt bin was ich halt an den h&r schön finde ist die gibt es direkt als set in schwarz weil schwarze felgen passen natürlich die schwarzen spurverbreitung perfekt und da sind dann auch die passenden ratschrauben direkt dabei logischerweise braucht man längere ratschrauben und hier ist dann auch ein felgenschloss dabei weil das finde ich auch sicher ich weiß dass das kein schutz für profi diebe ist aber für den gelegenheits dieb ist es wahrscheinlich abschreckung genug wenn man so ein felgenschloss dran hat deshalb wollte ich da nicht darauf verzichten mit dabei ist eine abe wichtig ist beim m1 40i könnt ihr in den auflagen einfach mal nachlesen muss man trotzdem damit zur gtü tüv dekra was auch immer damit ein amtlich anerkannter sachverständiger den einbau abnimmt das steht in den auflagen mit drin also abe heißt in dem fall nicht dran bauen und glücklich sein sondern man muss dummerweise zumindest beim m1 40i in meiner konstellation wie ein teilegutachten anwenden und es dann eintragen lassen die änderung was ist dabei logischerweise in meinem fall die beiden spurverbreiterung in schwarz das sind jetzt die für vorne zehn millimeter ich habe die übrigens beide in der video beschreibung verlinkt also falls über den link auf zahlt er keinen cent mehr aber ihr würdet den kanal unterstützen also würde mich freuen wenn ihr denkt hey das baue ich mir jetzt nach dass sie über den link kauft aber hier wird keiner gezwungen würde mich nur freuen ebenfalls sind die längeren radschrauben mit dabei also mit dem felgenschloss wie gesagt die sind halt auch schwarz das passt dann ja perfekt zu den schwarzen felgen die gibt es aber auch in silber die spurverbreitung da müssen dann bei der artikelnummer darauf achten ich denke die montage ist kinder leicht ich blende euch nur mal hier schnell ein wie ich gemacht habe also ich habe es direkt mit dem wechsel auf die sommerräder dann gemacht übrigens neue sommerräder habe ich auch die michelin ps5 habe ich mich für entschieden wie das ganze fährt kommt hinterher noch weiß ich ja nicht ich habe die sowohl die reifen als auch die spurverbreitung sind neu die werden jetzt dann heute aufs auto kommen und dann werde ich berichten wie es denn alles so funktioniert und vor allem ob man irgendwelche negativen aspekte durch die spurverbreitung hat also dass die reifen besser sein werden als die serienmäßigen rich stone run flat davon gehe ich mal fest aus bmw schreibt übrigens 140 newtonmeter drehmoment vor wenn man radschrauben an zieht also ist relativ viel wieder Musik Musik So, sehr ausgiebige Testfahrten sind hinter mir. Ich wollte eigentlich gerade das Fazit draußen drehen, aber momentan ist die Motorradmesse in Dortmund und wenn noch mal irgendeiner erzählt, die Auspuffe von Autos sind zu laut, die sollten sich einfach mal bei dieser Motorradmesse hinstellen, also keine Chance, da irgendwas draußen zu drehen. Mimimi, deshalb jetzt hier das Fazit in der Garage. Wichtigste Frage für mich war ja, nach aller Theorie merkt man die Spurverbreiterung und man merkt sie meiner Meinung nach nicht. Also es bilden sich ja viele ein, dass das Auto da mit Satte auf der Straße liegt, man höhere Kurvengeschwindigkeiten fahren kann. Meiner Meinung nach ist das nicht der Fall. Aber das Gute ist, man merkt es wirklich nicht. Also das Auto fährt genauso gut geradeaus, es ist genauso spurstabil. Was natürlich ein Riesenvorteil momentan jetzt für mich einfach ist, ist der Wechsel auf die Michelin PS5. Ich hatte ja vorher die Bridgestone Run-Flat-Reifen und die sind halt wirklich Mist. Also ich ärgere mich massiv, dass ich diesen Schritt nicht schon viel, viel früher gegangen bin. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Michelin PS5, die sind leiser, die sind komfortabler, die sind leichter, was bei ungefederter Masse ja auch gar nicht so übel ist. Vor allem haben die wesentlich mehr Grip. Mega zufrieden. Jetzt die ersten Fahrten, die waren absolut überragend. Also wie gesagt, ärgere ich mich massiv, dass ich es nicht schon vorher gemacht habe. Aber heute geht es ja eigentlich um die Spurverbreiterung. Da ist auch mein Fazit, man merkt es nicht. Optisch sieht es, finde ich, viel, viel besser aus. Also auch da hätte ich das vielleicht auch schon mal früher machen sollen. Kosten hatte ich bisher unterschlagen. Man muss ungefähr 240 Euro rechnen für vorne und für hinten. Plus die Eintragung und das ist halt abhängig davon, ob ihr das Serienfahrwerk habt oder nicht. Ob ihr zu GTÜ geht, zu Dekra geht oder zum TÜV geht. Also meine Empfehlung, guckt einfach, wo ihr hingehen wollt und dann erfahrt ihr da den Preis. Das war es. Also mein Fazit ist auf jeden Fall machen. Wenn man die Serienräder fährt, sieht es mit Spurverbreitung viel, viel schöner aus. Keine negativen Fahreffekte meiner Meinung nach. Also absolute Kaufempfehlung einfach machen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Abonniert auch den Kanal, kostet euch kein Geld, tut euch nicht weh, freut mich aber immer wieder, wenn ihr da auf den Abo-Knopf klickt. Ihr dürft natürlich auch gerne kommentieren, wie es euch gefallen hat. Dann wünsche ich euch wie immer noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald auf diesem Kanal.